Grüß tolle Öde Leute, ein bisschen später reingekommen CSGO, was ist denn Seaside mit Leo, Alex, Lugas und Chris Wird krass wie immer Leo, ist krass gut gelaunt Ja Und ich trink erstmal Schon ganz in Ordnung, akzeptiert sein Auf jeden Fall ist machbar, muss man schon sagen Alex, was hab ich eigentlich gesagt? Halt, ich seh doch nix Alter Wird die noch stattfinden oder nicht? Was? Geht's kill normal, wieso snipen wir nicht weg, Alter? Sauber, ein kill Ich nehme mir selber nicht dran teil, das interessiert mich Ich hätte ja nicht glauben, wird geschrieben Wird nicht stattfinden, weil keines auch kommen will Doch, es kommt, dass es genug kommen ist Oh, keiner mehr gehört Scheiße, der kommt ja weg Alter, das ist ja eben für mich Chris Felix glaubt nicht, dass das Leo ist Leo, er will mir nicht glauben, dass du Whatsapp hast Okay Ja, ich hab mich schon angeschrieben Und er schreibt mich zurück, aber er sieht's immer Hau mal die Nummer raus Konrad, der Titelwechsel Hab ich schon in die Gruppe Achso, okay Ja, gesehen Wir sind grad scheiße? Ja, wir sind scheiße Oh mein Gott, was geht schief, bitte Dennis, was ist denn los? 0-1 Der fuck Halt's Maul Ich spiel grad erst die erste Runde mit Oh, ich hab mir doch so einer angerufen Go, go, go Ende ist gut Alter, nee, erst mal wieder Evidation aus Stürmen Ich kratze gleich Moinsinn So ein Nu Es ist eindeutig Leo Moinsinn Hast du dir bestimmt nur wegen Marlene geholt, Leo Ja, weswegen denn sonst? Wir schilden beide Passen Das ist ein Nu Hey Bestes Mal, Jo, was denn sonst? Alter Aber echt? Leo hat extra ganz schön die Tickets gekauft schon für die zum Kino Und dann noch vom Bahnhof abgeholt Ne Chris, du musst... Ich kenn die ganze Story Wenn du das machst Leo, ich kenn alles Was? Ja, ich kenn dir alles Was? Was? Dann ist es dann übel zu sein Du kennst die ganze Story Wer hat alles erzählt Was ihr... Was ihr gemacht habt Wer das erzählt? Weil Lena... Er erzählt Amelie mir Screenshot geschickt Ach, wer die da? Ja Ja Und dann ist halt hier Und dann ist halt hier Also Das ist kein Geheimnis mehr Ist es echt nett Und ich erzähl's der ganzen Welt Weil jeder diese Videos guckt Ich hab heute eben zugekört, was passiert Nix Also Leo Leo sitzt bald auf dem Pferd Ja Ja Alter 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 Also Es sieht so aus Leo Hat sich... Hat die zwei Tickets vom Kino gekauft Dann hat er sich vom Bahnhof abgeholt Ja! Wir haben euch alle Hatten noch Zeit Und dann sind sie ins Venezia gegangen Ja Und dann? Edel, ey Scheiße 35 35 Komm mal runter 35 Komm mal runter 50 Euro Was? Einen Tag haben wir ja gar kein Geld ausgeben 95 Euro ist das Mädchen nicht wert Ne, ne 95 wäre ein bisschen zu viel gewesen Ja Kein Mädchen ist so viel wert So krass und verkacken Doch, Kostituierte Ja, die macht aber dann auch alles für dich Ja, die macht dann auch alles für dich Das stimmt Aber für 35 Euro 35 Locken, meine Frau Warum hab ich kein Skin mehr? Dann muss ich jemanden liefern Leo, willst du zuschlagen? Der Julian Ich hab auch kein Skin mehr Der würde dir, wenn du 20 Euro Freelife gibst Wird er dir 100 Euro auf LOL Account draufladen Wer? Der Julian da Das ist alles hoch Aus Hessen Wiesbaden Du denn? Weil er gemeint hat, er kann mit dem Handy Geld nichts anfangen Und der hat halt 150 Euro jetzt über Handy drauf Und der kann aber nichts anfangen Das ist krass, nein, das brauchen wir nichts Das ist seine Masche Okay Damit wickelt er kleine Kinder ein Ja, Leo ist übeles kleine Kinder, bitte Ja, Leo, du bist echt klein Ah, ich hab Angst Schau sein, das Super schlecht Ich hab mal aufgelenkt, du hast ihn angeschossen Ja, das war echt gut Hast du noch, Freiner? Jo, nicht ziel hin Irgendwo noch eine Waffe Da hin Waffe, ich brauche ne Waffe, ich brauche ne Waffe Ich brauche ne Waffe, ich brauche ne Waffe Ich brauche ne Waffe Ah Alter Nice Leo Teamwork Alter, bei Leo, das war unser Upgro-Team Ja, das ist Leben halt Das ist Upgro-Team Alex, du... äh Leo, gut Aber er macht sie, er macht sie Hey, wo wird mich grad eben ins Wasser bekommen? Huaaaa Hätt's so gelacht, wenn du jetzt ins Wasser gefallen wärst Uuuuhh, Leo ist auf dem gleichen Stand wie Alex Und wie Lucas Der, der ist... Hepp, Hepp, wie soll ich ins Wasser gefallen sein? Ich war übelst an Land, was ist dein Problem? Hä, du bist auf diesem Ding da grad rum Ja, aber das war innen, das war im Haus dran Äh, du warst nicht bei mir im Haus drin, du warst draußen auf der Brücke Ja, nicht im Haus drin, ich war auf der Brücke, aber an der Hausseite halt, an der Wand. Nein! Ich war nicht am Steg! Doch! Verpackt! Der ist jetzt ein 4 und fest nach Hause. Alter! Nö, mach ich nicht, fick dich. Lukas? Fick dich? Ja. Würde ich jetzt echt gern töten. Fick dich? Nö. Nö. Du bist dann wo? Throw in a flashback! Kann ich mal nicht so nennen. Danke! Kein Ding, Klud. Kein Ding fürs Flaschen. Oh, da flog die Granate und dann flog sie wieder. Was ist denn das für ne... Wer ruft mich jetzt da, Alter? Warte Gott! Ah! Kaum hat Leon, Handy und Handy angerufen. Moinsen! Fick mich! Moinsen! Was läuft? Ja, am Start, Alter. Am Start. So, liebe Leute. Auf meinem Samsung Club-Handy am Start, Alter. Da seht ihr das Leo, wie er spricht. Live am Handy. Ja, mein Samsung, das ist das alte noch, wie immer. Ach, du bist ein Wechser. Was geht, Alter? Felix denkt echt, ich hätte ein Fake gemacht. Gott, ist der Paranoid. Doch, ich hab's nicht mit Whatsapp, Alter. Doch, Alter, ich schwör! Ne, ich hab ein neues. Also vom Jonas, vom Jonas und Aldis so 50 Euro so P-Water haben gekauft. Nicht schlecht. Ja. Ja. Okidok! Okidoki! Okidoki! Schau aus, Mann! Wer? Ah, der Paranoid! Oh, er war rechts! Ich geh halt dir jetzt zu und dir so! Dir auch! Ah, was? War's diese Bonze, Alter, ich gehört? Was? Die ist keine Bonze! Ach, was? Auf dem Scheißvideos! Ah! Stich! Kommt mal vor! Kommt mal vor! Let's go! Let's go! Schau! Im Scheißvideos sieht man null! Was? Was? Ach so, ja! Mal sieht er echt nicht! Dann schieß er doch mal! Dann schieß er doch mal! Sicher? Ich bin immer am Start, ey, Alter, immer! Wie Leo trainiert ein CS-Spiel, sieht so lustig aus! Ah, ich hab ganz knapp nebenbei jetzt einen noch geaimt! Was du da machst, Alter! Ich bin immer am Start! Hä? Oh Gott, ey! Das ist für Gegner, Alter! Krasse! Oh, nee! Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder abgestuft und bin wieder zu weit weg von Goldgewer! Leo! YOLO! Er ist noch ein Headshot! Und ich sag YOLO, du sagst YOLO, wir alle sagen YOLO! Meine Stipe ist geiler als deine! Äh, ich meine ist viel cooler! Näh! Das war echt scheiße, Lukas! Hm? Ich würde nur Alex abwerfen! Das mit mir! Du stirbst die Runde, Lukas! Also ich sag's dir! Chris ist ne AWP? Allein, weil ich meinen Namen gehört hab! Dein! Wir haben einen Hoop-Sniper am Start! Ja, machst du ja auch nicht! Lukas, was hast du für ne Waffe? Ach, die kann ich mir selber kaufen! Ich verarschen! Ah! Ja! Wenn du dir ne AWP kaufst, korriere ich dich um! Das ist ne AWP! Oh, das ist ne AWP! Ich hätt' ich aber echt gern, Dennis! Ich weiß ja nicht! Ich würd's ihm geben! Ich würd's ihm geben! Deine Sound! Ach, jetzt hab ich schon! Was soll ich tun? Ah! Also heute spiel' ich kein Spiel mehr mit Alex! Ich hab' gar nicht gemacht! Das nächste Mal kill' ich ihn einfach! Dann bin ich sicherlich besser da! Komm schon! Ja! Kaum machst du den Kill, bist du bester im Team! Alter, der scheiß Pac-Man, ey! Der frisst uns alle! Mhm! Oh, der scheiß! Komm, Leo, und kill da, bis du bist da, Alex! Will irgendwer ne AWP kaufen? Ich kauf... Ja, ich kauf dir eine! Ich kill' Dennis jetzt die Runde, weil ich bin der eh... Ich kauf dir eine! Nee, ich kill' jetzt trotzdem Dennis die Runde, sogar! Come on, come on, let's go! Go, go! Die andere rum, hier liegt ne Ampferum! Ich heiße Dennis! Er hat noch keine Waffen gekauft! Nein! Ich hab' volle Idee! Nee, ich könnte einfach jetzt Alex wegnehmen! Ja, wir haben ihn nehmen! Ja, wir haben ihn nehmen! Oder nicht! Boah, du Scheiße! Du hast drei Schüsse gebraucht, du Kack-Noob! Ui! Ey! Das ist halt der Scheiß! Lukas! Du willst wie? Ui! Ach, nö! Ah! Ja! Ah! Was ist denn das? Ey, ich hab' viel gemacht! Kannst mir nichts erzählen! Gott! Mandorux kam mit einem Messer zu einer Schießerei! Gut! Komm Alex, helme mich nochmal! Tu's bitte! Jonas Zoller, ernsthaft! Scheiß Schnurrer! Was? Ey! Wenn du mal ne Zocker-Ische hast, gib's da in meinem PC! Lukas, du Bastard! Kann ich auch! Ich sterbe immer an der gleichen Zeit, immer von Lün-Jolo-Typi! Hey! Ich hab' den kurz danach gekillt! Natürlich! Tut mir leid, Christi! Hatte früher schießen sollen! Alter! 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 Das Spiel ist Kacke grad! Das ist Kacke zu mir! Ich hab' die krassesten Gegner wiederbekommen! Alter! So ein Cock-Lied! Dennis macht n' Chili! Dennis stimmt in 10 Sekunden! Wir hatten da keine Hatten, Aros! Das ist auch die Scheiße! Dennis stimmt oben rein! Dann kommen sie gleich! Okay, mach' mal 20! Ey! Er ist gestorben! Hab' ich euch gesagt? Shit! Dennis hat... Dennis! Ja! Du killst noch 2! Ne, du killst noch 3! Und dann springst du ins Wasser! Wenn du so kippt! Ne, dann hab' ich für dich gekillt! Echt? Scheiße! Du killst noch 2! Kratzen! Alle stehen bleiben! Jetzt bist du tot! Schade! Ja, sterf! Ich sterfe, Dennis! Schleimwasser! Ja, du warst vertraubt! Hast du nicht geschossen! Du hast so geile Idee, was ich jetzt mache! Wir sind einfach grad viel zu krass! Wir sind einfach grad viel zu krass! Wir haben jetzt eine Pistole mit 3 Feuerschuss, Alter! Alex! ABP! Los, gib mir nen Headshot! Komm! Pussy! Go! Ne, das läuft seit 7 Tagen! Ich hab' keinen Bock drauf! Dieser krasser Skill! Ablenkung! Verdammt! Leute, ich war traurig! Ja, komm! Spiel mal weiter! Jetzt bist du grad'n! Komm! Ohoho, du Pussy! Dennis kann einen nicht töten! Pussy! 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 Töte mich! Pussy! Kannst mich nicht töten! Pussy! Pussy! Oh, Dennis! Äh! Deniz! Du hast denn super gemacht! Komm! Hiss! met Jeff! Alter! Wie lange du gebraucht hast! Wer? Du? Ich? Nein! Wer? Ich? Ja, ich weiß, es ist mir leid. Wir schlossen kaputt schießen, wir sind. AWP am Start, was geht ab? Ich klär die Bitches ab! AWP am Start! Einfach mal an, sagt Luigi. Leo, stell uns jetzt eine Reihe, also ich stell mich davon, stell sie nach hinten. Ja, vergiss es. Und mal gucken, ob wir uns in deinem Schuss gehen. Natürlich, wir lassen das so tun. Wir sind da drüben, leider. Wir sind hierher. Kommt irgendwie keine, ich glaub jemand... Du willst, Alter! Du willst! Du hast Bock, oder? Du hast doch Bock, du willst nach drüben kommen. Niemand ist drüber. Oh, die steckt richtig in mein Face. Alter, chill mal! Fuck geht, Alter. Ja? F*** mich! Jo! Ach, das war ein Gegner, nicht für dich. Alter, Alter, nein! Von den, von den, von den, von den! Über den Spawn 2-9 dreh dich um! Leo, dreh dich um! Ach, Leo! Shit! Erstmal ins Wasser fliegen. Lästiger Lose, Leute, lästiger Lose, sag ich nur. Jetzt gönne ich mir mal! Also, rushen wir alle ins Wasser rein! Ich habe einen 3-9-4-3 Kicks M1-0-4-3 Alter, Alex in AWP. Oh! Mal hab' ich einen Skin, mal hab' ich keinen Skin. Was soll das? Ihr Rap-Rebel macht Sex-Section mit Sexless-Ben aus Sex-Reff-Ben! Jetzt! Hier, Süßer. Hier, Süßer, heute! Lästiger Lose, nachdem du dich. Leo, du bist des Schäßes-Boch wieder, oder? Alter, ich einfach nicht sehe. Lukas, das Schäß-Boch war wieder Bock. Kann das, Bock? 9 Nein! Ich weiß nicht, dass es Bock ist! Verdammt! Geh weg, Jun- Ah! Lukas, was ist denn für Scheiß? Mann, Lukas, Alter, was ist denn los? Bessere Stats haben als du. Das ist so bobobo. Sauber, Dennis! Sauber! Nee! Dennis cleant erstmal noch nie. Er cleant erstmal. Dennis, gewinn mal, er kann ich noch nicht anfangen. Dennis, gewinn mal, oder? Gewinn mal! Ja, easy! Mann, ich hatte immer noch ein altes Handy, was du gerne gehabt. Jetzt möchte ich ein neues kaufen. Wegen nem Bein. Du hast ne Leo mit dem abgeratzten Handy. Ja, da kommen die Kratplagene. Du kannst mir das alte Handy geben, dann ruf ich mich wieder daheim an. Ja. Oder dich, oder wenn ich bei dir bin, dich. Ich hab keine, 7 Karte mehr drin. Was? Was? Du verarscht mich grad, oder? Was? Was soll der Scheiß? Weiß ich nicht. Kamerawurf, Dennis. Das ist unter dir. Ah. 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 Erst clean, erstmal clean. Erst clean, erst clean. Erst clean, erst clean. Ah. Ich hab mal richtig... Ah. 80, 80 gezogen. 80. Ich hab... Ich hab... What is fallen down. Ah, mein Drille. Ugi. Gönn mir jetzt mal ne Granatenrunde. Alle ne Mac-Tent, ne Mac-Tent muss sein. Blend und ne Rauchgranate. Gib mir deine Mac-Tent-Lockers. Pistolen, die sind da. Ja, lass ihn schießen, lass ihn schießen. Kill mich, kill mich. Aber er ist in Pussy, er killt dich nicht. Dennis hat dann gar keinen gekillt. Scheiß Pussy. Uuh. Hey, bleib stehen. Dennis, never am Start. Das ist deine Rauchgranatenrunde. Ach, das hast du. Ich werd noch ein paar über die Wall. Nehm. Ach, ne Molotov, die nach hinten abknallt als Sicherung. Und die Hochexpressiv am Start. Ich kill die Leute mit meinen Granaten. Dass die Menschen nicht durch. Ja, ich weiß genau, ich kann's besser. Denn ich bin ein wild gewor... Ein wild gewor...er Stier. Und ich bin tot. Dennis, siehst du nicht? Ich seh ihn. Er hat ne... Ach Gott, wie seht die Leute immer so aus dem Start, man? Ich versteh's nicht. Oh! Leel. Ich hab uns hier bisschen angedamaged. Ich hab gerade abgedrückt. Hast du gesehen? Haust Vorteil. Das würd ich jetzt ehlen. Ich hab schon 16 Kontakt. Richtig krass, Jungs. So. Oh. Oh, erster Pistole wegwerfen. Sagen, Granatenrunde. Pistole gehört mir. Das ist meine Pistole. Ja, Alex, ich hab nie Granaten drauf. Nicht mal Molotov. Hä, warum sollte ich? Anderst mal reitrennen können. Ich hab nie... Hauptsache, die hat das perfekte Aim... auch noch äh... zurück die Wasser rechts. LOL. Der schieß einfach... Ja, jetzt mal ernst. Der schieß einfach... Der schieß einfach... durch die Wand... Ja, der andere hat mir auch einfach... durch die Wand alles getroffen. Und der hat immer nur Einzelschüsse gemacht. Pass auf, der schieß gleich sich an. Na ja, gut. Ich glaub, der Typ hackt nicht. Chris, es geht schief. Hey, Alter! Ich hab dich mit dem! Oh, ich hab dich mit dem! Oh, ich hab dich mit dem! Alles klar, komm doch! Richard! Oh, ich hab dich mit dem! Ach, Leo! Ja, die Isiii! Besser als Alex, oh Gott. Ich bin Match Series. Alex, scheiße. Ja. Oh Gott, zu mir. Jetzt einfach mit der Bombe den töten müssen. Ist einfach zu krass die Runde, Alter. Jetzt hab ich mit der AWP gönnen können, scheiße. Jetzt geht's los. Jetzt gewinnen wir uns. Jetzt gewinnen wir uns. Jetzt gewinnen wir uns. Richtig krass, gehen wir jetzt ab, Alter. Ich hab's 5-7 am Start. 5-7 jetzt geht's los. Jetzt kommt er zerfnippt 5-7-Runde, okay. Acht Punkte. Ich hol's auf 53, dann passt das bitte. Jo. Ich carry shit jetzt hier. Easy. Easy go. Easy go. Alter, das kann nicht sein. Die ersten zwei Schüsse waren von dem alle perfekten Headshot. Einfach voll. Ja, ich leb noch. Fäll ein Raumball an. Ja, ich leb noch. Alex, abkampf auf. Hey, halt mal die Fresse. Nö. Assi get. Assi get. Ja, ich hab'n Assi, denn ich bin's. Und wie viele Schüsse hat er in seinem verfickten Magazin? Ich glaub' 12. Wieder genau, weil ich dich in die Ecke gesetzt hab'. Jolo. Äh. Jiu. Alter, der schießt schon vor. Der schießt schon vor. Der kann ja nur hacken, gell. Mal weil... Nö. Mal neue痴اتschwornkirchen Garthe. Es tut so weh Es tut so weh Leon krasser Freestyle Du bist rot Die machen es kaputt Aua das tut weh oh man Ich habe einen Assi bekommen Was geht ab? Assi man Läuft bei mir ich bin so cool Denn der Locaster ist ein Toter Kriegst doch ein Kill damit er gekackt Vorbei mit der Angst Gehen die Tolen in die Hand Weiß ich wer das tut Ich weiß genau was ich mir schießen kann Was nicht der der Sniper Komm Chris geh einfach raus jetzt komm Ich zerstör ihn Er schieß hin 5 4 Schaut mal kurz hoch Nö Oh Chris Chris jetzt wird eng Ok ich bin ready Abstimmung starten Ich bin ready alter Ach jetzt ernster Chris der Spaß Chris der Spaß Gass alter Hat eh nein gemacht Was? Es war Trinidadin pur Ah lebt mich so am Arsch Erstmal Chris darf ich Team gehen oder? Aber ich nicht So werde ich gleich wieder gesperrt Let's go Ja aber du bekommst glaube ich eh nur eine halbe Stunde Sperre Wer? Du? Echt? Ich bin ja mal voll lang Du hast schon so lange keine Sperre mehr bekommen Du bist der Lebensschutz und Alex ist gut Ich kann sie gar nicht dreschen B Bist nett von mir Willst du Bastisch zicken? Die geht alle B Was macht ihr? Achso ihr seid B Okay Genau Ich bin auch B Ja Alex und Leon von sich da befummeln Bastisch zinken Bastisch zinken Ich Bastisch zinken Okay Wir carry den Shit jetzt Also Chris Den Key Bash hättest du mir lassen können Ich hab mich jetzt grad so schön mit dem gebattelt Ich wollt wissen ja Ja Ob er mich fickt oder ob ich ihn fickt Ich hab einfach einer an dir weggesnaggelt Was los? Auch ein Bastisch zinken Nee Gratis Bastisch zinken Ja okay Jeder will Bastisch zinken Hä? Wieso kann ich mir eine Auslösung kaufen bekommen? Keine Auslösung dafür Das ist krass Ich hab mir jetzt dreimal die Auslösung mit 1000$ gekauft Ah Ich hab dann nichts mit nichts bekommen Ah und Okay da war ich jetzt tot Die sind alle A Aber wirklich alle Aber wirklich alle Nein Spaß ich will nicht Kannst du da haben Ich darf mal eine krankgranate werfen Oh Was ist denn für gut? Leo du hast doch deine Ausrüstung Wir haben Alter Wie der Typ das gefasst hatte Eis von den Kaufen ging dann Aber mehr nicht Was ist denn für gut? Dann 3000 für normale Ausrüstung Ausgegeben und nichts Komm Fasse Grenade Flashbang Easy Obwohl er so richtig krank aufhöl Oh ne muss nicht sein Jetzt beginne ich zu carry Jungs Paar Punkte können wir noch uns einholen Aber ich glaub wir verlieren trotzdem Ach Leo jetzt bist du schon hinter Alex Ach Leo Lolo denn es ist immer mit schlechten Provokationen Komm Ich hab doch nicht mehr provokiert Du scheiß Wichser Ohne Witz Halt die Freizeit du hast angefangen Denk dich auf du scheiß Wichser Komm on let's go Du sagst jede Runde gescheißig Mit jede Runde Ich bin voll im Azi 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 Ich sag nur dass Leo mal gut ist Ja Sieht gar nicht schon falsch Wenn nicht Oh das war einer von uns Nein warum hab ich jetzt selbst 4A4 Nice Da ist meine Hab ihn bekommen Hä wo bin ich überhaupt Scheiß Smoke Hab ich jetzt kein Geld ausgegeben Dennis ich bin gefangen Ich glaub ich hab die Smoke echt nicht werfen sollen Wo bist du Wo bist du Ne du wirfst Reds zu nach oben oder will ich nicht mehr raus Ne du bist scheiße Ah ich glaub nicht Wir kommen gleich mal für A ne Runde Bisschen absichern Jetzt läufst du gerade hinten rum Jetzt läufst du gerade das wäre zu bauen Das stimmt ja auch nicht Lukas Blechberg 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 Meine Fresse Bist du bitte Alter Nein nicht vor mir laufen sonst werde ich noch gebannen Ok ich warte jetzt bist du weg bist geh weg Was macht denn ihr Ich darf nicht mehr auf Lukas da schießen sonst werde ich gebannen Jetzt dann mach doch mal was 3-3 Was läuft der Lars am Start was geht so bei dir Mat was geht Felix alles Klärchen alles Klärchen bei dir auch Geht klar Perfekt Ich verstehe nicht warum ihr da so dumm rumgelaufen seid Ich hab kill gemacht Ja super aber warum rennt ihr nicht einfach die Bombe Also ich hab zwei kills gemacht So beschissen Oh ich bin auch noch da Ohhhh Wirds aber gern noch Ah kann man keine AWP leisten Hat jemand eine AWP Ne ok Doch ich hab eine am ehemalige AWG von mir irgendwo rum Geht das meine Willst du das tauschen Nein Ich will meine AWP behalten Hey das ist meine AWG die du hast Ich mach eine für Lukas Lukas du hast meine aufgerufen Ich hab auch eine smoke Moog Aha Leidlich alle alle Flash Ah Wo sind wir B Scheiße Ich will nicht mehr raus Ah Hä Ah Lukas Das ist ein B Ja Ich bin am Start Kaffeex jetzt Splittgranate Scheiße ich werde das zu tun Ach nö man Du Was wo denn Hä Was ist denn los mit dem Ja Dennis Ja ne Ich hab zu Lühleif Lukas klärt es jetzt Nein Nein Ich war echt ein Punkt hinter Chris Oh nö Oh Da bist du einfach der Bessere Ja Oh nö Lukas klärt es Ich war voll verwirrt Ich bin ein guter Rechtsreiter Bissches 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 Jumot Bissches Ach von denen habe ich doch schon zu viele Puh Ah das ist mein Guck Nö Also Leute Ich bin ein Guck Ich bin ein Guck Ich bin ein Guck Das ist das